Schönen guten Tag! In diesem Video geht es darum, wie man schnell gute Ausrüstung bekommt. Ihr seht hier Level 25, Full Legendary, wobei man dazu sagen muss, in der Beta ist die Droprate an sich auch massiv erhöht. Das darf man nicht so 1 zu 1 nehmen, aber man bekommt viel an Gier, auch nicht nur durch Drops. Also ihr könnt natürlich durch Dungeons rennen und da Legendaries dann bekommen. Ihr bekommt aber auch unheimlich viele, beispielsweise über die Obolusse. Die Obolusse droppen bei Events, wenn ihr Boss tötet und so weiter. Ihr seht ja manchmal auf der Karte so, wenn ihr irgendwo vorbeilauft, in einer Minimap so orangene Markierungen, so orangene Kreise. Das sind so kleine Events. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ab Level 15, 16 fängt das an, dass man dann für den Abschluss auch Obolusse bekommt oder halt, wenn man Bosse tötet. So, was können wir jetzt damit machen? Damit können wir zum Kuriositätenhändler gehen. Da gehen wir jetzt mal rüber und beim Kuriositätenhändler kann man diese Währung eintauschen gegen Gegenstände, gegen zufällige Gegenstände. Man kann sich die Kategorie zwar auswählen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar hier, man sieht jetzt beispielsweise, wir suchen uns mal das günstigste aus, Handschuhe. So, wenn ich jetzt sehen würde, oha, das Schlechteste, was ich habe, sind Handschuhe, also gönnen wir uns Handschuhe. Da kann man sich die kaufen. Okay, die sind nur blau. Guck mal, zack, Legendary. Glück gehabt. Auch hier, denke ich, ist die Rate ein bisschen erhöht, weil ich habe schon sehr, sehr viele Legis hier rausgezogen in der Beta. Das wird wahrscheinlich auf den Live-Servern ein bisschen weniger sein, aber so kommt man auch schnell an Legis. Und je nachdem sind da halt auch gute, ja, Effekte drauf. So, und mit diesen Effekten können wir jetzt einiges machen, weil es kann ja sein, dass wir jetzt, was weiß ich, hier den besten Effekt drauf hätten, den es gibt, aber sind scheiß Werte drauf. Ich hätte gerne viel mehr Intelligenz. So, und ich droppe irgendwo einen Handschuh mit ganz viel Intelligenz. So, dann kann ich folgendes machen, das zeige ich euch jetzt mal. Also wir nehmen jetzt an, hier wären, was weiß ich, 20 Intelligenz drauf und hier wären 20 Stärke drauf. Da sage ich mir, Mann, was ein Rotz, ne? Der Effekt, den brauche ich unbedingt, aber Stärke brauche ich als Magier gar nicht. Ich brauche Intelligenz, also gehe ich los und zwar hierhin zum Okkultisten. Der Okkultist kann uns da weiterhelfen. Das fühle ich euch jetzt einfach mal praktisch vor. Wir können nämlich von einem legendären Gegenstand Effekte runternehmen. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, zack. Wir wollen hier den Effekt uns runternehmen. Dadurch kriege ich dann hier so einen Aspekt. Und wir wollen dafür aber diesen Aspekt auf diesen neuen Handschuh, wo wir jetzt, was weiß ich, zum Beispiel Intelligenz drauf hätten, wollen wir den draufpacken. So, dann hätten wir jetzt einen Handschuh mit Intelligenz und dem neuen Effekt. So würde das funktionieren. Gut, ist jetzt natürlich als andere Werte, aber ich habe euch das ja theoretisch gezeigt. So, das gleiche habe ich hier mit dem Stab gemacht. Ihr seht super viel Int. Davor der Stab, der war eine Katastrophe. Und deswegen habe ich den Effekt für Kettenblitz auf diesen Stab mit Int drauf gemacht und hatte dann viel Intelligenz. So, jedoch kriegt ihr diese Aspekte ja nicht nur, wenn ihr beispielsweise, ja, Gegenstände entzaubert oder die runternehmt. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt beispielsweise hier Kodex der Macht öffnet, da gibt es ja auch viele Aspekte. So, hier gibt es unendlich viele. Das kann ich euch mal zeigen. Und zwar kriegt ihr die aus den Dungeons. So, ich schaue mal eben, wo wir noch einen haben, den ich noch nicht gemacht habe. Hier, da ist noch so eine Kiste dran. Und hier sagt er, hier kriegst du noch den Aspekt. Den kannst du dir dann holen, farmen, würde ich dann Eissplitter bekommen. Durchbohren dreimal und so weiter. Und da gibt es in vielen Dungeons viele verschiedene. Da müsst ihr mal schauen, welche ihr braucht. Das könnt ihr hier nachgucken. Ihr seht, es gibt super viele Effekte. Ihr könnt hier auch anklicken, nur für meine Klasse. Dann könnt ihr schauen, wo ihr das ja auch herbekommt. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich den jetzt haben wollen würde für einen Zauberer, dann sagt er mir, ich muss in die versunkene Bibliothek und den da dann holen. Dann killt man den Endposter und kriegt dadurch dann diesen Aspekt. Und den kann man dann auch hier auf die Gegenstände dann draufbasteln, wenn man sie gedroppt hat. Ein sehr, sehr gutes System meiner Meinung nach. Jedoch solltet ihr wissen, immer wenn ihr hier arbeitet, sind die Prozentanzeigen nicht so hoch, wie sie sein können. Also ich glaube, hier wird immer so der Mindestwert draufgezaubert. Während wenn ihr so einen Gegenstand droppen würdet, direkt 84 Prozent zum Beispiel drauf sein könnte. Das ist für meine Meinung nach nicht schlimm, wenn man das ultimativ minmaxen will. Also wenn man ganz viel Zeit zum Farmen hat, dann kann man natürlich grinden wie ein Irrer und die besten Legendaries sich da irgendwie zusammensammeln. Also durch Drops, wenn ihr einen Gegner tötet. Jedoch so kriegt man sein Bild wenigstens schon mal zusammen. Man kann so sich eine, beispielsweise ich spiele ja viel mit Kettenblitz, kann man sich dann so nochmal Bonusfähigkeiten, sage ich mal, oder Attribute hinzufügen, die zum Beispiel meinen Kettenblitz verbessern und so weiter. Und damit dann wenigstens das Bild schon mal funktional machen und dann weiterfarmen, um dann, was weiß ich, nochmal einen Stab zu bekommen mit Superstats plus 84 Prozent oder so. Erfordert natürlich dann noch ein bisschen Glück. Ja, das ist eigentlich schon mein Rat an euch. Grundsätzlich, wenn ihr am Leveln seid, nehmt diese ganzen orangenen Events, wenn ihr durch die Karte läuft, manchmal gibt es ja so ein kleines Event oder ein Ereignis bei euch in der Nähe, nehmt die einfach mit, dann kriegt ihr super viel von diesen Marken. Ich hatte einen Cap von 500 und das habe ich sogar, ja, durch Zufall erreicht, weil ich am Anfang nicht wusste, dass man damit einkaufen gehen kann, so früh schon. Ähm, finde ich eine super Sache. Erleichtert das Spiel, ähm, und macht halt auch Spaß, weil man dadurch dann so ein bisschen sich auch schon Builds im Levelbereich bauen kann und nicht nur stumpf voranzieht. Ja, ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen was bringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit, viel Spaß beim Release. Lasst mir gerne ein Abo da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Alles Gute und bis dann!